Wie auch unsere eigene Welt, hat die Welt von Eis und Feuer einige atemberaubende Orte, die als Weltwunder bekannt sind. Sie wurden vom berühmten Reisenden Lomas Langschritt in zwei Büchern festgehalten. Zum einen dem Buch Weltwunder, in dem er die sieben natürlichen Weltwunder aufzählt und über sie berichtet. Und zum anderen dem Buch Weltwunder aus Menschenhand, in dem er von neun weiteren Weltwundern erzählt, die von den Bewohnern der Welt geschaffen wurden. In diesem Video möchte ich euch nun ebenfalls diese 16 Weltwunder vorstellen, oder zumindest diejenigen, die uns bekannt sind. Witteln wir uns zunächst den sieben Weltwundern, die auf natürliche Weise entstanden. Diejenigen unter euch, die gerade auf den Bildschirm schauen, werden sich bestimmt etwas wundern, weshalb dieses Kapitel so kurz ist. Aber das liegt einfach daran, dass über die natürlichen Weltwunder sehr viel weniger bekannt ist, als über die Menschen gemachten. Das einzige Weltwunder aus dieser Kategorie, über das wir uns sicher sein können, ist das große Höhlensystem, das nordöstlich von Norvos liegt. Es ist nicht klar, ob Lomas dieses Labyrinth jemals selbst besucht hat, doch es ist so ausschweifend und tief, dass es in der Region als der Eingang zur Unterwelt bekannt ist. Zudem wird spekuliert, ob vielleicht auch die Knochenberge in Zentral-Essos auf seiner Liste stehen könnten, da bekannt ist, dass Lomas sie besucht hat und für so hoch hielt, dass sie der Rand der Welt sein müssten. Über die Weltwunder, die die Menschen geschaffen haben, wissen wir zum Glück einiges mehr, auch wenn uns trotzdem nur sieben von neun bekannt sind. Das einzige dieser Weltwunder, über dessen Platzierung wir uns sicher sein können, sind die Valyrischen Straßen, von denen wir wissen, dass Lomas sie auf Platz vier setzte. Gemeint ist ein riesiges Straßensystem, das sich durch den ganzen Westen von Essos zieht. Wie der Name schon andeutet, wurde es wahrscheinlich mithilfe von Drachen vom Valyrischen Freistaat gebaut, um die verschiedenen Kolonien der Valyrer miteinander zu verbinden. Die Straßen bestehen aus geschmolzenem Stein, der selbst jetzt, Jahrhunderte nach dem Fall ihres Reiches, noch in nahezu perfektem Zustand ist. Ebenfalls von den Valyrern errichtet, wurde das nächste Wunder, die lange Brücke von Volantis. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine beeindruckende Brücke, die den Fluss Rheunen überspannt und dadurch die beiden Hälften von Volantis miteinander verbindet. Während wir wissen, dass sie die längste Brücke der Welt ist, kennen wir leider ihre genaue Länge nicht, obwohl wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen können, dass es sich um mindestens mehrere hundert Meter handelt. Auf beinahe ihrer gesamten Länge ist die Straße in der Mitte der Brücke von kleinen Häusern gesäumt, die so weit über die Straße hängen, dass die Brücke teilweise wie ein Tunnel erscheint. In diesen Häuschen gibt es viele kleine Läden und Gasthäuser, allerdings auch einige Tempel. Am Ostende der Brücke, also an dem Ende, das der reicheren und älteren Hälfte der Stadt zugewandt ist, steht ein großes Tor aus schwarzem Stein, das mit Gravierungen von Sphinxen, Mantikoren, Drachen und anderen mystischen Wesen verziert ist. Weiter flussaufwärts der Rheunen befindet sich das nächste Wunder, die drei Glocken von Norvos. Es wird euch nicht überraschend zu hören, dass es sich hierbei um drei große Glocken handelt, die in der freien Stadt Norvos hängen, sehr wohl aber, dass sie dort den Tagesablauf eines jeden Bewohners regeln. Die drei Glocken, Num, Nara und Niel, die alle drei verschieden hochklingen, teilen den Norvoschi mit, wann sie schlafen, beten, kämpfen und arbeiten sollen. Sogar die Zeit für sexuelle Aktivitäten ist durch sie streng reguliert. Dadurch sind sie zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden, sind aber trotzdem nicht ganz so bekannt wie das nächste Weltwunder, der Titan von Braavos. Dieser gehört zu den wenigen Wundern, mit denen wir alle mehr oder weniger vertraut sind, da er sowohl in den Büchern als auch in der Serie vorkam. Der Titan ist eine riesige Statue im Hafen von Braavos, die gleichzeitig als eine Art Festung und als Leuchtturm fungiert. Er besteht aus Bronze und Granit und ist über 120 Meter hoch. Wann immer sich ihm ein Schiff nähert, stößt er ein lautes Warngeräusch aus, genauso wie bei Sonnenauf- und Untergang, sowie zu jeder vollen Stunde. Eine Legende zufolge erwacht der Titan zum Leben, wann immer Braavos angegriffen wird und verteidigt die Stadt. Ein weiteres Wunder, das wir aus der Serie und aus den Büchern kennen, sowie das einzig bekannte Wunder in Westeros, ist die Mauer. Sie ist eine riesige Wand aus Eis, die sich etwa 300 Meter lang über die gesamte Breite des Nordens von Westeros erstreckt. Sie wurde ursprünglich nach der langen Nacht zum Schutz vor den anderen errichtet und wird von der Nachtwache bemannt. Doch da die anderen seit 8000 Jahren nicht so weit südlich gesichtet wurden, verfällt diese Institution zunehmend und dient inzwischen kaum mehr als dem Schutz vor Wildlingern. Mit ihrer Höhe von über 200 Metern und Dutzenden von Metern Dicke wird die Mauer wahrscheinlich dennoch eine wichtige Rolle in der Verteidigung von Westeros spielen, sollten die Weißen Wanderer jemals zurückkehren. Das nächste Weltwunder sind ebenfalls Mauern. Diese sind jedoch nicht für ihre Größe in der Liste, sondern vielmehr für ihre Gestaltung. Die drei Mauern der Stadt Calth im Süden von Essos sind weithin für ihre Schönheit bekannt. Jede von ihnen besteht aus einem anderen Material. Die äußere Mauer besteht aus rotem Sandstein. Sie ist 30 Fuß, etwa 9 Meter hoch und auf ihr sind viele wilde und exotische Tiere, wie etwa Schlangen, Zebras und Elefanten abgebildet. Durch sie führt ein kupferndes Tor zur mittleren Mauer, die 40 Fuß, also etwa 12 Meter hoch ist und aus grauem Granit besteht. Die Reliefs auf ihr stellen vor allem kriegerische Szenen, wie eine Schlacht, aber auch einen Scheiterhaufen für die Toten und getötete Babys dar. Durch ein eisernes Tor gelangt man zur inneren Mauer, die 50 Fuß, also 15 Meter hoch ist und aus schwarzem Marmor gebaut wurde. Die Szenen auf ihr stellen in expliziter Weise Paare bei sexuellen Akten dar. Durch ihr goldbesetztes Tor gelangt man endlich in die Handelsstadt Calth. Das letzte der sieben bekannten Weltwunder von Menschenhand ist der Palast der Tausend Säle von Zarnath. Dies war der Sitz des Hochkönigs von Zarnor. Der Name und die Funktion des Palastes lassen auf eine wahrhaft gigantische Größe schließen. Doch leider wissen wir nicht viel mehr über ihn, da er ebenso wie Zarnath und beinahe der gesamte Rest von Zarnor, während des Jahrhunderts des Blutes, über das ich übrigens auch ein Video gemacht habe, von den erstarkenden Dothraki zerstört wurde. Die Stadt ist jetzt nur noch als Vaiskevo, die Stadt der Würmer bekannt, und der Palast liegt seit über drei Jahrhunderten in Ruinen. Wie bereits erwähnt, sind die letzten beiden Weltwunder von Menschenhand nicht bekannt. Vielleicht werden wir in den nächsten Büchern mehr erfahren, doch zur Zeit bleibt uns nur die Spekulation. So wären zum Beispiel der Hohenturm von Alsace, die großen Pyramiden von Gis, die Stadt Kroyeng oder die fünf Festungen von Yeti mögliche Kandidaten. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und wir würden uns sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren. Wenn ihr euch anschaut, wenn ihr euch dann schwebt, der fragt, wird es ein Abo graduation. Wenn ihr euch dann mit einem Bisschen, hört weiter, ging es ein Abo. Wenn ihr euch dann mit einem Abo-Abo-Abo-Abo-Abo-Abo-Abo, wettet ihr euch dann damit außerhalb und ein Abo-Abo-Abo. Vielen Dank.